Dies ist der Eingang in das Agora Garden in Taipei. In Asien besser bekannt als Tao Chu Jin Juan. Ein Wohnhochhaus in Xingji Special District, Xingji, Taipei, Taiwan. Das 98 Meter hohe Haus mit 21 oberirdischen Etagen ist das teuerste Wohngebäude in Taipei. Eine Wohnung in diesem mit zwei Autofahrstühlen, die auch Krankenwagen befördern können, ausgestatteten Komplex kostet bis zu 190 Millionen US-Dollar. Entworfen vom belgischen Architekten Vincent Calbo und 2018 fertiggestellt. Der Turm ist sowohl für seine Form eine Doppelhelix, die sich wie ein DNA-Strang um 90 Grad dreht, bekannt, als auch für den Umweltschutz. Das Gebäude wurde mit dem LEED-Energie-Label in Gold sowie mit dem Diamond-Level der Low-Carbon-Building-Aliens ausgezeichnet. Das Gebäude ist mit etwa 20.000 Bäumen und Sträuchern bepflanzt, die den CO2-Fußabdruck von Taipei verringern sollen, indem sie jährlich etwa 130 Tonnen Kohlendioxid-Emissionen absorbieren. Wer es besuchen möchte, es ist rund zwölf Minuten zu Fuß vom Taipei 101 Tower entfernt und neun Minuten von der City Hall. Vielen Dank und bis später.